Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man einen Reinschwingkreis in MATLAB oder Octave berechnet, und zwar den Einschaltvorgang. Dazu gebe ich mal meinen Bildschirm frei. Ich habe das in einem anderen Video schon mal für eine recht ähnliche Aufwerbe gemacht und gezeigt, wie man alle Formeln für diese Schaltung hinschreibt, das mit diesen Werten der Baulände macht. Das Skript ist auch prinzipiell immer noch hier. Ich führe das mal einmal aus, um zu zeigen, was da passiert. Die Spannung über den Kondensator hier steigt an, so wie man das erwarten würde. Der Kondensator wird über den Widerstand und über diese Induktivität hier aufgeladen, aber das schwingt nicht so richtig. Eigentlich verhält sich das nicht wie ein Schwingkreis. Und woran liegt das? Dieser Widerstand hier ist einfach ziemlich groß. Und ein großer Widerstand bedingt eine kleine Güte. Und so richtig kommen diese beiden Bauelemente hier, das L und das C, in dem jeweils Energie in dem elektrischen Feld zwischen den Kondensatorplatten und in dem magnetischen Feld in den Wicklungen der Spule gespeichert ist. Dieses Mal, wenn diese Energie hin und her pendeln will, dann muss ja auch Strom durch den Widerstand fließen. Und der Widerstand macht dann einfach ziemlich große Verluste, sodass das hier nicht wirklich schwingt. Und diese Lösung sah so aus. Ich hatte hier einfach die Werte der Bauelemente reingeschrieben. Dann habe ich ein paar Zeitkonstanten ausgerechnet, die sich aus den Bauelementen ergeben. Und dann habe ich geguckt, welche von denen ist die kleinste und welche ist die größte. Anhand der kleinsten habe ich den Zeitschritt gewählt als ein Zehntel der kleinsten Zeitkonstanten und die maximale Simulationszeit als das Zehnfache der größten Zeitkonstanten, die sich ergeben hat. Dann gab es ein paar Anfangsbedingungen, einen Zeitbereich festgelegt. Und dann in einer Schleife aus dem Ohmschengesetz, dem Maschensatz und den anderen Stromspannungsbeziehungen in diesem Netzwerk ausgerechnet, was passiert am Ende das Geplotte. So, und jetzt möchte ich diese Lösung nochmal auf die nächste Aufgabe, auf die Aufgabe 169 anwenden. Dafür klicke ich hier mal auf Speichern unter und speichere das als Aufgabe 169 numerisch. und ändere jetzt mal zunächst den Wert dieses Widerstandes auf 5 Ohm, auf ein 20. des ursprünglichen Wertes. Das wird jetzt 20 mal kleiner, das heißt die Güte wird 20 mal größer. Potenziell kann das jetzt ziemlich gut schwingen. Und mache mal hier die Semikolons weg, sodass diese Ausgabe nicht unterdrückt wird. Klicke mal auf Speichern, falls mir der Oktave abstürzt und klicke mal auf markierten Quellcode ausführen. Und dann sehen wir die Zeitkonstanten hier rauskommen. Da ist jetzt das RC. Das ist jetzt die kleinste. Und das RL ist die größte. Also wäre es nicht schlecht, wenn ich das RC nehme für den Zeitschritt und das RL für die gesamte Simulationszeit. Also hier muss jetzt RC stehen und hier muss jetzt RL stehen. Und ich nehme weiterhin ein Zehntel der kleinsten Zeitkonstante für den Zeitschritt, das Zehnfach der größten Zeitkonstante für die Simulationsdauer. An den restlichen Formeln ändere ich nichts. Hier unterdrücke ich wieder die Ausgabe mit dem Semikolon. Und dann klicke ich auf Speichern und auf Simulieren und gucke mal, was passiert. Und dann sieht das ganz gut aus. Dann schwingt das nämlich genauso, wie man erwarten würde. Und die Spannung über der Kapazität beginnt entsprechend der Anfangsbedingung, dass die Kapazität vorher mal ungeladen war bei Null. Ja, und dann steigt die eben an, schwingt erstmal so drüber, weil dann beim Aufladen natürlich Strom durch die Induktivität fließt und die Induktivität will den Strom erstmal weiter treiben. Deswegen steigt die Spannung an der Kapazität erstmal über den Endwert von 100 Volt an und schwingt dann wieder runter und schwingt hoch und schwingt runter und schwingt ein paar Mal. Irgendwann pendelt sie sich eben auf 100 Volt ein auf die Quellspannung. Und irgendwann, wenn der Kondensator aufgeladen ist und sich die Spannung am Kondensator nicht mehr ändert, dann fließt natürlich kein Strom mehr, dann gibt es auch keinen Spannungsabfall mehr über den Widerstand und dann wird auch keine Spannung mehr an der Induktivität induziert und dann ist dieser Ausgleichsvorgang vorbei. Ich habe jetzt hier noch irgendwo LTSpice offen und kann mal schauen, ob ich hier diese Aufgabe rasch finde. Die habe ich nämlich vor kurzem auch mal simuliert. Das ist jetzt die gleiche Schaltung mit den gleichen Zahlenwerten. Da klicke ich auch mal auf simulieren und da sieht man, da kommt ziemlich genau der gleiche Verlauf raus, startet bei 0, steigt auf ein bisschen mehr als 160, 170 Volt hier an und pendelt sich dann nach ungefähr 500 Mikrosekunden, die hier auch sind, ziemlich gut schon auf den Wert der Quellspannung, die 100 Volt ein. Und das ist eine sehr schöne, schnelle Demonstration, wie man so eine Ausgleichsvorgangsaufgabe in einem Reihenschwingkreis numerisch rechnen kann in einer Mathematiksoftware wie Matlab oder Octave oder das würde auch genauso in Python funktionieren, meinetwegen in C, in Quick Basic, wo auch immer man Schleifen programmieren kann und ein bisschen mit Zahlenwerten in und her rechnen kann, mit einem Taschenrechner kann man das jetzt nicht so gut rechnen, auch wenn die Formeln sehr einfach sind, es sei denn, man bringt eine ganze Menge Zeit mit, weil man sehr, sehr, sehr viele, sehr kleine von diesen Zeitschritten berechnen muss, um auf diese Art und Weise zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Und das ist eine Art und Weise. Und das ist eine Art und Weise.